Liebe Piraten, liebe Freunde, wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Und würde man ein Fieberthermometer an die Gesellschaft anlegen, so würde man feststellen, dass die Temperatur im vergangenen Jahr weiter gestiegen ist. Auch dieses Jahr gingen wieder hunderttausende Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren, weil sie sich von den gewählten Vertretern eben nicht vertreten fühlen. Vorher waren ihnen andere Dinge in ihrem Leben wichtig und sie haben gefühlt, sie müssen sich mehr einbringen, sonst passiert die Politik und die Entscheidung ohne sie. Und tatsächlich war es auch so, dass diese kleine Levé en masse nach kurzem Zaudern Wirkung gezeigt hat. Politiker sind darauf eingegangen und haben gesehen, hier passiert etwas, womit wir vorher nicht gerechnet haben. Bedauerlicherweise blieben trotzdem die Reaktionen, die man sich erwünscht hatte, weit hinter den Erwartungen zurück. Und lange habe auch ich beklagt, dass sich die Politik sehr damit beschäftigt, sich mit dem Verwalten der Gegenwart zu beschäftigen, anstatt vorauszuschauen in die Zukunft und Entscheidungen zu treffen, die auch mal mehr als zehn Jahre von heute entfernt liegen. Und dass aber dann Entscheidungen so getroffen werden, dass tatsächlich Ziele erst in 20, 30 oder 40 Jahren erreicht werden müssen, beispielsweise, ist natürlich auch nicht das, was ich mir davon versprochen habe, dass man eben den Blick mehr in die Zukunft richtet. Hier gilt es beides zu tun. Die Ziele in der Zukunft vor Augen zu haben und jetzt die Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssen, um eben zu verhindern, dass sich Entwicklungen einstellen, die nachher nicht mehr zurückgedreht werden können. Das Gespür dafür, wie sich unsere Zukunft entwickeln kann, scheint sich bei der Bundesregierung noch nicht so richtig eingestellt zu haben. Oder vielleicht ist es auch nur eine sehr ehrliche Art, uns zu sagen, die Ziele und Prioritäten sind einfach andere. Denn meiner Meinung nach sind wir nicht wesentlich vorangekommen dabei, eine vernünftige Netzabdeckung zu erreichen oder eine Versorgung mit Internet in der Fläche oder auch den Anschluss an öffentlichen Personennahverkehr, der vernünftig funktioniert, dass man eben auch auf das Auto verzichten kann. Dazu kommen aber gleichzeitig noch andere Bestrebungen, die mir Sorgen machen, nämlich dass diese gesunde Distanz zwischen Staat und Bürger weiter reduziert wird, aber nicht auf eine angenehme Art, sondern eben im Bereich der Verletzung unserer digitalen Unversehrtheit. Diese Distanz, die dafür sorgt, dass wir eigentlich sicher auch in die Zukunft schauen können und das gute Gefühl haben können, dass unsere Grundrechte auch weiterhin gewahrt werden durch den Staat und auch durch andere Unternehmen, aber vorrangig durch den Staat, weil diese Distanz uns eben garantiert, dass wir unsere Grundrechte wie freie Meinungsäußerung wahrnehmen können oder eben sein können, wie wir sind. Und was meine ich mit diesem Abbau von Distanz? Es ist eine Einschränkung oder ein Eingriff in unsere digitale Unversehrtheit, in meinen Augen, wenn die Nutzung von Trojanern als Mittel der Strafverfolgung zunehmend legitimiert wird oder beispielsweise eine Profilbildung von Daten über uns als Bürger erleichtert wird, indem man Schlüssel vereinbart, über die das zusammengeführt werden kann oder die Zentralisierung von Gesundheitsdaten. Beispielsweise, wenn unter dem Mantel von tatsächlichen Problemen in der Gesellschaft, die es zu lösen gilt, wie Rechtsextremismus vereinbart wird, dass man die Passwörter herausgeben muss als Medienanbieter. Das ist ein sehr starker Eingriff in unsere digitale Unversehrtheit und natürlich auch so Dinge wie den Uploadfilter, der unsere Meinungsäußerung dann nachher einschränken kann, weil die Infrastruktur einmal eingerichtet wurde oder eben auch die Forderung nach einer zunehmenden Überwachung von Gamern. Absurde Dinge, wo aktuelle Trends ausgenutzt werden, um hier eben die Massendatenüberwachung zu unterstützen oder eben in unsere Privatsphäre einzudringen. Dem müssen wir unbedingt entgegenwirken. Das ist wichtig. Das ist eine Verantwortung, die wir haben für unsere Zukunft, weil wir jetzt schon verhindern müssen, dass Infrastrukturen aufgebaut werden und dass bestimmtes Verhalten legitimiert wird, was in Zukunft einfach negativ auswirken kann auf uns. Wer mitmachen möchte, uns zu helfen, diese Ziele zu erreichen und unsere Werte zu teilen in Deutschland, Europa und der Welt, der ist herzlich eingeladen mitzumachen und sich einzubringen. Wer Zeit erübrigen kann, um zu helfen bei der Aufklärung oder beim Erarbeiten von Problemen, der darf jederzeit gerne mitmachen. Auch ich mache das, aber ich bin unterstützt von einem großartigen Assistenz-Team, dem ich an dieser Stelle danken möchte. Vielen Dank Tanja, vielen Dank Lisa, vielen Dank Clemens und vielen Dank Manuel. Ohne euch hätte ich bestimmt viele Dinge so nicht geschafft, wie ich es mache. Und mein Team und ich, wir möchten euch gerne für das kommende Jahr einen kleinen Spruch mitgeben, den das Team gestellt hat und der geht folgendermaßen. Erst wenn das letzte Netzwerk überwacht ist, der letzte Upload gefiltert und das letzte Gesicht gescannt, werdet ihr merken, dass man Freiheit verlieren kann. In diesem Sinne, viel Erfolg und eine großartige Zeit in 2020. Euer Sebastian.